Gute Nacht und träum was Schönes, mein Schatz. Schnuller, 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 schnuller. Wo ist er? Prinzessin. Ich hab keine Zeit. Das seh ich. Suchst du irgendwas? Jemand hat mir meinen Schnuller gestohlen. Wo ist er? Wo ist was, Prinzessin? Mein Schnuller. Wo denkst du hin? Ich habe doch keine Schnuller in meine Küche. Hast du ihn weggenommen? Nein. Es geht doch nichts über ein Krocketspielchen. Du hast ihn, stimmt? Pass doch auf. Was soll ich haben, Püppchen? Meinen Schnuller. Schnuller. Da drin sind ganz bestimmt keine Schnuller. Hm. Hast du meinen Schnuller? Ich? Ja. Generäle pflegen keine Schnuller zu haben. Hm. Oh. Et voilà. Ich sollte lieber nicht. Es ist eine schlechte Angewohnheit. Dann nicht. Vielleicht nur mal eine. Die hier. Oder vielleicht diese. Bitte? Ich will meinen Schnuller wiederhaben. Ich will meinen Schnuller wiederhaben. Oh nein. Meine Tröffelpraline. Hast du ihn genommen? Hast du ihn genommen? Schätzchen. Du bist schon zu groß für einen Schnuller. Du hast ihn also genommen. Wo ist er? Ich hab ihn weggetan. Oh. Hm. Hm. Ich will meinen Schnuller. Ich will meinen Schnuller. Ich will meinen Schnuller. Ich will meinen Schnuller. Nein. Wo kann er sein? Da unten ist er nicht. Nein, nein, auch nicht. Erdenbeerfüllung, die sind delikat. Vielen Dank. Oh, köstlich. Da ist er ja. Ich will meinen Schnuller. Das ist eine schlechte Angewohnheit. Du hast gesagt, Pralinen sind auch eine schlechte Angewohnheit und du isst sie trotzdem. Oh je. Wenn du dir deinen Schnuller abgewöhnst, dann höre ich auch mit der Pralinen-Nascherei auf. Ähm, dann müssen wir uns beide was abgewöhnen. Genau so ist es. Na gut. Fantastik Idee. Das ist ein gutes Angewohnheit. lar Untertitelung des ZDF, 2020